Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Minecraft Let's Play. Also, ich habe leider einen kleinen Part vergessen, deshalb werde ich diese kleinen Informationen geben. Aber da ich das jetzt nicht alles nochmal neu rendern muss, also will, sonst werdet ihr keine Folge bekommen, gibt es jetzt gerade nur diesen kleinen Part und hiernach werde ich sofort aber den nächsten Teil dranhängen. Also, viel Spaß. Verstehe ich jetzt nicht. So, wieder da. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Mein Bruder. Ja, ähm. Aber da, 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 da. Düm, düm, düm. Ey, das könnte sogar wirklich stimmen. Oh mein Gott. Wo sind die denn? Meine Güte. Ihr versaut einen ja echt alles hier. Geht, geh ich da jetzt mal rein. Oh, oh. Enderman. Ah! Mein Gott. Musst mich doch nicht so erschrecken. Blöd, Mann. Wie weit geht das denn noch? Äh, spinne. Äh, spinne. Ich glaube, ich spinne. So. Da erst mal zu machen. noch am ende man wie der was geht hier ab ein skelett euch auch zeig dich brot Fleisch. Wo ist das Skelett? Da. Bader. Pagalinga. Blöd, Mann. Erschreckt mich nicht so. Boah, er ist nur noch da. Zeig dich, du blödes Skelett. Zeige dich. Oder verpisse dich. Das zweite wäre mir besser. Lieber. Obwohl... Ach, Wasser.